Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich habe. Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte okay, aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider... Hey Coco. Hier ist mein Baby. Ich bin ein Geschäftsführer. Ich arbeite ein Restaurant in Avicard. Ich habe ihn seit fünf Jahren. Ich bin auch der Präsident der Avicard-Downtown-Business-Assoziation. Schau! Schau! Hier haben wir ihn. Auch hier haben wir ihn. Vielen Dank.